Werder Bremen, Potsdam ganze blau von links nach rechts und Leverkusen komplett in weiß. Leverkusen mit 23 Punkten und dann kommt Offenheim mit 42. Ja, klasse Bewegung und 1 zu 0 für Bayer 04 Leverkusen und wir hatten sie gehighlighted vor dem Spiel, Verena Wider macht ihr zweites Saisontor und das früh. Klasse Bewegung von Wider durch die Beine, Konter läuft, der VW auf Bayings, die gegen Kuznetsov. Jill Bayings, Jill Bayings, Jill Bayings, 2 zu 0. Wird nur begleitet von Kuznetsov, aber nicht gestört und das kann sie. Schüsse aus der Distanz, 12. Minute, 2 zu 0, Bayings. Es geht dahin, da sehen wir es, Kuznetsov nur begleiten, nur begleiten, nur begleiten, kein Fuß dazwischen, Bayings. Vielleicht jetzt durch einen Standard, Foulspiel an Wiebke Meister, die wird selber ausführen. Molly Rose steht noch mit bereit, kurz gespielt, nicht so schlecht. Guter Ball in die Mitte, 2 zu 1. Hoffnung, lebt, Kyokama macht das Tor. Schnell ausgefüllter Freistoß und da hebt sie ganz kurz aus dem Sitz. Marco Gebhardt, eingestartet, Wiebke Meister auf Schwalm, da hat Leverkusener ein bisschen geschlafen. Sitz kommt zu spät, Punkte auf dem Transfermarkt und versucht, das Mosaik weiter zusammenzusetzen. Marty, den kriegt sie. Gut gemacht. Jill Bayings, 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 abgefälscht. Und drin, ein bisschen unglücklich, aber 3-1. Und das geht dann auf das Konto von Verena Wiede, die sagt, ich kann nichts dafür, aber mit der gleichen Bewegung wie vor dem 2 zu 0. Und dann, wenn zumindest noch ein bisschen was möglich sein soll, dann musst du dieses Spiel drehen. Das ist schwer genug. Nochmal Leverkusen. Marty, Doppelpass, doch noch das 4 zu 1 in Minute 45. Das ist schon fast der Gnadenstoß. Marty legt ihn raus auf Christi Kögel, bekommt ihn wieder. Und wieder Jill Bayings, holt sich die Kugel, setzt sich durch und macht gleich nach der Pause das 5 zu 1 für Bayer 04 Leverkusen in Minute 47. Es geht da weiter, wo sie aufgehört haben und er schüttelt mit dem Kopf. Hier Kainrichs. Gehen auf 26 Punkte und haben jetzt ein positives Torverhältnis. Kriegen 5 dazu, gehen also auf 29. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.